Schönen Tag, merkt ihr wie euch da, ein leicht die gute Laune packt. Los geht's! Steht es auf und dreht euch um, mit ein wenig Sprung einmal hinstellen, einmal in die eine Richtung und dann in die andere herum und drehen. Jetzt braucht's Geschick, wer das nun kann, der muss sehr sportlich sein. Sagt mal Leute, seid ihr sportlich? Ja! Los geht's! Hebt nun einen Fuß leicht an, in meinem Alter schon eine ganz schön fattliche Geschichte. Und hüpft auf einem Bein und hüpft! Hüpft nun auf dem Anderbein, passt auf, jetzt kommt der Clou. Hebt nun eure Hände, alle Patscher liegen mal nach oben, hörst ihr jetzt, wo sind die Hände? und klatscht den Kampf dazu, jetzt gehst du uns auf und klatschen! Alles noch mal hinsetzt, bitte alle noch mal öfteren Po setzen. Jetzt habt euch noch mal ein, reicht eure Nachbarn noch mal Hände und Arme, und was ihr vorstellt, wenn folgt und vor allem ihr könnt, los geht's! Und schunkeln alle Kinder, ob groß, oder ob klein. Und hört mal hier, lasst uns doch mal schunkeln. Wenn man schunkelt, beginnt man sich einfach zu Musik. Hüpft nun? Hüpft nun? Hüpft nun? Hüpft nun? Los geht's! Hüpft nun? 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 Bitte noch mal eine tosenden Applaus für König Paus, einen Applaus bitte! Applaus für die Hexe Pauling Paul! Nett mal Applaus für die Hexe!